. 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 Warum? Sind die zwei nur? Das sind die ersten Gäste des Bargeführts. Das ist der Bus. Das ist wegen dem Bus. Schau, sie dürfen auch nichts machen, oder? Wie ein geiles Prinz ist. Wie scheiße ist es gerade im Auto? Siehst du, wo du es eins hast? Ja. Ja, aber warum fahren die nicht, wenn die doch mehr abgesperrt haben? Insiders, ne? Ja. Der ist krass konzentriert, stört den nicht bei der Ahnung. Das ist schon richtig drauf. Guck mal, der macht auch so. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Keiner weiß, was hier heute VIP ist. Aber die kommen! Die sind nicht so gut. Aber wenn die hier auf den Dach zu fahren. Die beiden dürfen. So, jeder darf bitte das mal gucken. Die Dachschen, der ist auch drauf. So, auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020